herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf der karte im thüringen leider sind mir letzten vier folgen die ich auf stück gemacht habe missglückt von der tage man entschuldigung da ist naja der ton äußerst ungünstig aber man ist schlecht zu bestehen und vor allen dingen total abgehakt und zeitrafer mäßig würdigkeit anbieten wollen darum kurze an fassung und kaufbekämpfung ist erfolgt ist fertig aktuell wird noch gedüngt auffällt nummer 54 das hat eine wiese zugekauft beim feld 40 beim hof beim dorf da starten wir gleich mal den fahrer dazu landen ein kurs 40 und dann nehmen wir den kurs dazu mähen und ballen pressen wiese ich hatte mir da ein wie wir getauscht und alles abgegeben verkauft und habe mein neues besorgt die gleiche maße hat so mit kann ich gleich ballen pressen ein arbeitsgang so jetzt gehe ich zum feld 54 da muss noch dünger aufgemacht werden das ist gleich in grün da muss ich mal gucken ob da jetzt alles so nix da muss ich kurz löschen dann laden und zwar der dünnen fällt und ein bisschen mal gucken hier zurück hier kriege so dünnen und ein kurs dazu geben zur überführung fällt 54 der ist jetzt eigentlich zur hälfte fertig weil er hat anfangs mit mittendrin angefangen und jetzt fehlt aus und das vorderende fehlt noch gut das ist das dazu ansonsten müssen wir warten bis es reif wird beschleunigen würde ich gerade nicht 2 5 1 machen dass es mir hier nicht reif wird und noch nicht gedüngt ist das ist ungünstig so ich habe mir die fahrzeuge ein bisschen so hingestellt in der hoffnung dass die sich davon gleich bedienen beziehungsweise ich da eingreifen kann hier werden die ballen einsammeln das ist gleich ich brauche heute auch noch eine folge fertig zu sehen ob das noch passt das heißt kurz angucken und selbst hören selbst sehen das wird dann die folge sein für dienstag das wird dann ich hoffe ihr habt gerade auch sehr gut verdammt das wird dann ich habe die uhr ja ist mir so entscheidend wie die leistung ist und die leistung ist naja schwankt ein bisschen ich weiß gar nicht warum ich weiß gar nicht warum mal schauen ob der hier entsprechend noch zur rechten zeit ob es noch reicht oder ob ich da noch ansprechen eingreifen muss weil das wollte er irgendwie nicht annehmen den kurs dass er da das aufführen soll Dünger bei Unkaufverdichtung hat es geklappt da hat es allein aufgenommen aber bei Dünger da hat es zumindest nicht angezeigt schon denkt ob die leistung so schwach ist ich weiß gar nicht warum also eine 4 pappen ab da ist ein bisschen mehr zu sehen und ein bisschen mehr dargestellt könnte daran liegen aber kann es ja nicht sein so wo wir jetzt hin naja gut Dünger hätte auch noch können aber da ist schon teilweise reif da muss ich mir einfallen lassen dass es besser klappt war eigentlich schneller war eigentlich schneller so 8 Ballen noch passarplatz da kommt ein bisschen Fahrplatz n anti so fahrt mal mit'n speer platz 4 Stück noch. Ich hatte grillt mit dem Wald. Ich werde mir nach der Ernte, wenn die Aussagen erledigt ist, darum kümmern, dass wir um den Wald kriegen und dann, wenn wir Bäume fällen. Und zwar so viel, dass sie das im Prinzip refinanziert. Dass sie auch wieder aufforsten können. Ja, das sieht ganz gut aus, aber wirklich rein. Ich werde auch den großen Dönersteuer nehmen jetzt hierher. Mit Pflegebereitung und anderen kaufen. Warten sind auch ein bisschen erledigt. Und der hat so schöne Arbeitsbreite. Jetzt kommt hier genau die Nacht rein. Das ist so Mist. Acht Prozent noch. Wird knapp. Äußerst knapp. Aber wird nicht reichen. Aber ich will sehen, wie er da hinfährt und es abholt. Das hat mir ja nicht schief geht. Denn das war passiert beim Unkauf von dem Vernichtungsmittel, dass das Nachfüll Funktion auf Flüssigdünger eingestellt war und dadurch hat es auch nicht angenommen. Nicht angenommen. Ja, ein bisschen dauert noch. Sehr fertig. Noch nicht ganz, aber da sind vier Ball, ne? Zumindest drei. Gesehen. Was kann ich mit diesen Leistungen wegnehmen? Das ist ja alles bei mir in 4K, ne? Nur weil ich jetzt den anderen umskalieren lasse. Komm, einen noch gegen. Ja, das ist voll. Warum macht man mit diesen 3, 4? Na gut. Fahren wir zum Hof zurück. Natürlich das auch mal 2%. Scholldorf. Das kleine Städtchen. die hofer materienfall die hofer zu die hofzufahrt ist etwas ungünstig falls die eine neue version auskommen sollte und das muss einen neuen spiel schon angefangen werden dann werde ich dann von vorne anfangen denn mal ein bisschen anders aber das ist noch nicht so weit kann auch wenn dauern es könnte sein dass zwei fabriken drauf kommen sollen und das noch nicht fertig was man abwarten was er kommt fabriken werde sache bisschen umfangreicher sagt man ganz vorsichtig so dünner müsste und mir entgegen kommen ja dann muss er wegräumen 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 wegfahren heule beule da trabe ich mir ruin kaputt so dünner so dünner sich neu und das vorliebe waren machen wir doch noch fertig oder ziemlich lange dauert noch das dauert noch ziemlich lange wir werden schauen dass er wieder zurückgefahren ist denn hier mittendrin ist man günstig zwei können auch ganz schlecht gefahren aber der menge von wenn wir ein getreide haben dann geht ein bisschen mehr weg da wären wir zwei fahrzeuge fahren lassen traktor mit einem dolly und anhänger anhänger haben wir ja morgen ist bei mir freitag morgen stellen die restlichen folgen hier an und noch frise marsch ich weiß nicht ob man die straße kaufen kann oder ob man da wenn man das feld hat und auch noch die straße besitze kann man das ein bisschen über terraforming machen wenn das eingehört also kaufen kannst du nicht das zu teuer kostet ja schweinegeld habe mir gedacht aber das ist mir jetzt egal ich bin mir ganz sicher wer das genau ist ich bin mir nicht ganz sicher Das war gut. Das ist ja schon richtig. Achso, Dana ist hier so voll, ich muss grad sagen, wieso macht er nicht mehr rein, so eine Prozente? Ja, manchmal so verrückt. So, dann mal zurückfahren. Ach, da wird er beladen, ja gut, ok. Kalk soll noch nicht rein. Das wollte ich mal gucken, oder nachschauen. Ob ich das auch entsprechend kaufen kann. Na, Straße nicht. Jo, oh, das kostet 6 Millionen, ne? Das wäre eher bezahlbar, aber da ist der Weg nicht dabei. Aber, das ist auch nicht. Könnte sein, dass es dabei ist. Könnte. Aber das wäre ja egal, wenn man das Acker mir gehört würde und das Acker auch, dann könnte man sich hier in der Straße zaubern. Aber. 6 Millionen. Mal fragen. Ja. Kreditnimmel. Tappen wollte ich, ne? So. Zeit, wie gesagt, wir müssen das Zeug fahren lassen. Und das an der Stelle, wo er dann aufhört, stehen lassen. Sonst haben wir das Problem, dass wir wieder so was suchen müssen. So. So. Hatten wir ab unser Gras mehr. Das ist ja nicht. Wo ist er? Wo ist er? Gut. Anklappen. So. Okay. Jetzt. Nix. Und... Und... Die Fahrern auch gleich. Nix. Mal zum Hofzeug. Na, im Grunde wird gleich. Die nächste Wiese fällig, das war hier im Hof, die Ballen laufen auf denen, weil da oben fallen, dann tippen wir mal Ballen drunter. Wir werden auf der Wiese eine kurze Zeit fahren, die ein bisschen größer ist. Dann machen wir die nächste Folge, bevor wir die Erde beginnen. Ein bisschen besser zu fahren, wenn man diesen Blindflug macht durch die Bäume. Ich könnte mir noch einen Waschplatz hinstellen, so wird es ja auch nicht. Das sieht ja aus, erwarten wir Regen durch Wolken. Sollte nicht einbilden, wenn zur Ernte Regen kommt. Das wäre äußerst ungünstig. So. So. Den hätte ich gerne ein bisschen bearbeitet. So weiter. Das gehört, das ist das Problem. So. So. Jetzt fahren wir gleich hin zur Wiese. Und da haben wir ihn wieder. Dann schaun. So. So. Dann mal schauen. die frage nur wo ist angezeigt doch da x gut okay ich sag mal tschüss und winke winke ich hoffe es hat gefallen würde mich freuen über ein like gerne über ein abo sage schon mal danke ansonsten heute sieht man sich ich hoffe zur weiteren folge